Als ich Renegade geschrieben habe, da war das so, dass ich im Urlaub nachts im Traum eine Melodie gehört habe. Dieses Lalalalalala. Ich wurde mitten in der Nacht wach und habe mit meinem iPhone einfach diese Melodie aufgenommen. Und am nächsten Morgen habe ich mir das angehört und gesagt, du, das ist ein echt guter Song. Zurück bleiben bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017